So, hier bin ich vom Fockenbach abgebogen. Der Weg hier, der war letztes Mal sehr kaputt. Das geht im Moment. Hier ist wieder hergestellt worden. Es war schon 26 Grad. Und die Entscheidung ist, nächste Woche geht es wieder, bin ich wieder in Porteberg. So, hier geht es wieder, bin ich wieder in Porteberg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Es ist ein wunderschöner Weg hier. Es gibt hier sehr viele schöne Wege. Hier kann man sich ausgiebig wandern. Es ist ein Wunderschöner Weg. Jetzt ist es ein Wunderschöner Weg. Das ist ein Alba. Musik So, jetzt komme ich raus zwischen Bieltschall rechts und links links. Bieltschall Bieltschall Die sind kaputt eigentlich, von den Regen herren. Untertitelung des ZDF, 2020 Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter, also ein kleines Bächel. Da fließt der Laubach weiter. Das war's. Es ist der Laubach schon ein Bach geworden. Es ist der Laubach schon ein Bach. 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 Ich breathe. Untertitelung. BR 2018 Das ist der Bach Schöneinbach. Und er betreibt an der Laubachs Mühle das große Mühlebad. Das ist der Bach Schöneinbach. 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 Das fährt aber langsam heute. Das ist der Bach Schöneinbach. Die Brücke ist jetzt neu. Hat er ein neues Dach bekommen. Das ist der Bach Schöneinbach. 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 Das ist der Bach Schöneinbach.